8. Lektion Grooving Hier geben wir Ihnen einige Beispiele von Rhythmen, die Sie versuchen können, je besser Sie werden. Sie werden diese erst gesprochen hören, dann gespielt mit dem Didgeridoo. Genießen Sie diese fürs Erste und mit etwas mehr Übung werden Sie diese Rhythmen auch bald selber spielen können. Wee-oh, 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 breath. Wee-oh, 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 breath. The second exercise uses techniques learnt in section 2 only. Da 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 breath Do da 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 breath Deet Boik The third exercise uses techniques learnt in Section 4 only. Didgeridoo press Didgeri-re-breath Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I hope with the help of this CD and a little practice, you will develop enough skill to really enjoy the great experience that is playing the didgeridoo. I'm Ash Dargan, and I'd like to leave you with a short selection of grooves from some of my CDs.